Hallo Leute, ich bin der Miro und willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege und wir beginnen die Folge heute mit einer der lustigsten Brunnenverfolgungsjagden, die ich jemals hier in diesem Spiel erlebt habe. Also viel Spaß damit und los geht's. Verpiss ich, du Wichser. Oh fuck, da kommt er da her. Da kommt komplett hinterher. Ist das der Scheiß ernst? So, jetzt fahren wir hier hin und jetzt Sprung, du Wichser und zurücksprich. Tschüss, viel Spaß und zurücksprich. Und jetzt hier rum und jetzt hier wieder weg und jetzt hier lang. Wacht mal. Warte, oder? Ja, da war gerade ein Mira. Hier auf, hier auf gegen Mira. Kommt fort zu dir, Vakuum, wir werden teilen. Boah, Benek kommt von der anderen Seite. Scheiße, ich bin gerade Miro, ich kann da nichts machen. Schöne mal. Stoat, noch schön. A4 eliminator. Ich hab keine Schmerzen. Zweimal auf, double dos. What? Let's go, boys. Alter, ich hab Ash. Keiner ist kaputt. Äh, Tetscher vor der Tritt. Doppelhunt, 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 doppelhunt. Wacht dein LR. So stark. Hat sich schön dazugelegt. Secure the Biohazard Container. Spendet, sicher. Reload! Secure the Container, once the threat is neutralized. One off four remaining. Vendet, let's see. Securing the Container. Off four eliminated. Friendly mission successful. 75 bekommen. Doch platzt noch einer. Ha, ha, ha! Ey, ich bin so connected bei den Extend-Shift oder was? No! Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Flank, mach ruhig. Was für das. Der flankt den gerade. Shad. Jackal ist in Kitchen oben drin. Oh, ich bin fast down. Ja, Jackal ist jetzt Kitchen. Jack-Ping? Hab, hab. Ich komm. Ja, ich bin gestunnt durch die fucking LR-Falle. Sorry. Mero kill dich. Soll ich mit hoch gehen? Ja, ich bin fast down. Fuck, sie kommt hier. Hab sie, hab sie. Blankt die. Fjus ist hinten bei der kleinen Mauer. Hab Ash. Sehr stark, sehr stark. Fjus. Fuck! Äh, okay, nice. Stark, Jus. Ja, ich lasse erstmal nicht das Polster. Hä? pics. Hoho. Hä? Was ist der bot der loung? Schraubt. What?! Ach man was. Ich häng hier fest. Boah, der ist über seinen Kopf geschossen. Doppel-doppel-doppel-doppel-doll links. Papporial 5 Ich hab einen Leben, alter. Ja, 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 ja. Er ist jetzt rechts, pass auf, der Engspitz. Sehr schön. Ich schweine doch aber mit dem... Bandit war da drin. Boah, wo war's? Wo kommen die eigentlich hin? Was ist neu? Wo kommen die facken Falle hin? Ich schweine den Code. Auf für den Last Stopp-Stanning. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Throwing frag. Stun-Granet, out! Fuck! Fremd, last stopp-Standing. 10 seconds left. 5 seconds left. Oh, hab ich gerade reingeschissen. R4 neutralized. Mission successful. Ach, Alter. Oh, ich schweine da oben. Ich habe mich. Oder was meinst du? Nee, Twitch. Twitch ist aber noch oben. Nee, jetzt kommt sie runter. Ich kann nur Scheiß auch hier mal aufhören. Ich kann nur Scheiß auch hier mal aufhören. John, die von Age-Tech-Stanning. Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Das ist toll. Oh Das war es dann auch schon wieder für heute, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye Leute und tschüss.